So, ich habe jetzt gerade diesen furchtbar ekligen Parasiten da gekillt. Da, Fallschuss, ist auf einmal dann durchgegangen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo es da jetzt hier geht, es ist echt ein riesiges Labyrinth mittlerweile. Die Fliegen sind zum Glück nicht so hoch, da drüben ist ja die hier. Vielleicht gibt es ja dann wirklich irgendeinen Shortcut oder so. Da gehen wir den Weg um. Ich schaue aber da einmal an. Da hier oben kommen und dann die lange Leiter. Nö, das muss schon da weitergehen jetzt. Ah, das ist echt ziemlich cool. Aber das gemeine, man muss weiter springen. Da einfach nirgends ein Leuchtfeuer ist, wo man dann rasten könnte. Dann rasten. Was ist da drüben? Nein, ja. Was ist da drüben? Was ist da drüben? Oh, die Auszeit ist so wichtig. Oh mein Gott, ist das riesig. Oh mein Gott, wie soll man da hinkommen? Soll man da oben springen oder was? Da oben springen und dann da... Nein, das kann man nicht hier haben. Das ist eher Finte. Nein, da muss ich nichts setzen. Ja, da was. Ja, da war es. Ich hab's ja gewusst. Was ist denn da? Ich weiß schon, wir werden gleich voll... voll da schricker... bis du da oben springst. Der Hund führt sich auf. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst. Oh fuck! Okay... Ich hab's ja wieder was gelern von einem Echt-Typen da. Oh, ein Leuchtfeuer! Oh, ein Leuchtfeuer! Ihr werdet verrückt! Sehr cool! Sehr cool! Krieger... Seele-Soldat... Da werden nicht so viel Zange... Seele... So... Okay, Ritter. Ihr seid noch dabei. Sie fragen, wie viel das sind. Ob's ja das rausgeht. Hm? Wir sitzen jetzt einfach mal... Ich hab's ja gedacht... Ja... Ich hab's ja... Achttausender. Aufsteigen? Ein bisschen was brauche. Okay, jetzt muss ich die Gegner drunter hängen. Komm da nicht drüber. Das ist immer wieder... Das Problem. 3-1 ist okay, dann geht's auch mehr. Die sind... ein bisschen aggressiver nehmen wir wieder drauf. Ich sehe schon wieder nicht mehr wie früh das ich jetzt brauche. Ob das jetzt gereicht. Na? Mann, das ist doof. Dann ist doch noch ein Stückchen zurück. Was waren die Typen vorher gestanden? Was? Du gehst nicht nur. Ach, auffickern kannst du. Puh. Na, das mache ich. Nicht mit diesen Glitches. Komm wieder. Ah, die Geld. Du gezauber. Geil. Super. Schuhe da. Rhythmic was. Konvention. Vitalität. Ich glaube, wir gehen noch mal zur Konvention. Okay. Das ist ganz geschickt. Ah, jetzt habe ich echt schon ein bisschen... Fortschritt gemacht. Ich will schneller. Ich will schneller. Pena. Ich will schneller als du. So. Bastard. Bastardo. Dann fuhre um. Oder was? Komm, ich geh. Uh. Wo ist der? Da ist er. Wo kommst du denn her? Ich seh' noch nicht. Da komm der. Da komm der. Wo rennt der hin? Ah. Da ist die Leute. Wege Umweg. Da wird genau dann kommen. So. Jetzt werden wir wenigstens erwarten. Dass ich nicht kriege. Jetzt. Jetzt ist er schon näher. Zock er mal. Na, jetzt sind wir da rum. Warte. Puh. Puh. Wäder. Geil. Oh! Das ist ein Knicks! Oh mein Gott! Oh! Da kommen wir an! Natürlich nicht! Naiv! Ich sehe wieder nichts! Okay! Ich sehe wieder nichts blind! Hey! Da können wir jetzt nicht aufhören! Jetzt können wir quasi da umhören! Da bin ich wieder da umhören! Da kommen wir umhören! Ist das jetzt nicht mehr so? Nö, nö, nö! Aja, schon wieder blind! Oh! 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 Hallo? k hier Bähem! Bähem! Ja, genau! Das ist eine komplett Dippe. Erstimmte drum. Da war ja vorher auch noch was. Das Problem ist, ich glaube, doch, ich kann jetzt schon wieder zurück. Ich glaube, ich gehe von da oben dann. Ja, super! Lila Moosklumpen. Ja. Für das habe ich jetzt mal... Leben dir immer und riskiert. Zumindest ist da nichts zum Glitschen. Da geht es aber sonst nichts weiter durch. Das ist wieder... Oh Gott! Oh Gott! Oh, genau! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das hat der Brot hat sich nicht so gekallt. Ne. Den hat es gerade gekallt. Oh Gott! Oh Gott! Ihr wisst zu gern, was der für Seele... Boah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das sonst nix? Zum sterben, ne? Alle gingen uns weiter. Menschlichkeit habe ich gekriegt. Oh Gott, ist das zu schmol und schief und überhaupt. Ah, da bin ich. Na, das ist doch nicht. Ich stehe die Kugelkommande ab. Ah, doch. Okay. Äh, was? Ich habe keine Ahnung, wo er Leiter ist. Hm. Da geht es nicht weiter um, ne? Dann sind wir, äh... Bin ich denn da herkämmer? Sprinne! Ach, ich muss doch wieder konsumieren. Hm. Da ist nix. Kann man nur noch aufhören. Scheint. Östliche Helm. Ah ja, das habe ich auch noch, das Ding. Schattenmaske. Zeugnumschul. Gut und Giftresistenz 18. Okay. Hm. Wasks. Wackern. Hm. Wackern. Ziemlich cool Ziemlich cool Ich weiß nicht, wo ich da rumgekommen Jetzt ist doch immer noch eine Seele da oben, das gibt es ja nicht Ich war doch gerade da, aber das ist wieder neu Das war schon jetzt ein paar Mal, dass dann die neu spawnt Die da unten ist verschwunden, okay Oh, okay Oh, gehts nicht los mit die Scheissküter Geh her Geh her dann ran Schicht aus, Vianinia Da muss doch noch irgendwo einen Weg geben Kann man das nicht vorstellen Das hat bestimmt noch was Ich bin ein paar Minuten Hm. Ah, du bist. Zumal wenigstens wo die Leute da aufgeht. Let's see. Do it. Noch eine. Ah ja. Oh man. Wie. Eigentlich jetzt mal wieder raus. Ah, da bin ich. Ich kapier nicht warum. Jetzt geh ich noch mal wieder auf. Vielleicht kann ich da jetzt intus pro Blasen oder so. Ich hab extra den Weg freigewuscht. Oh Gott. 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 Noch nicht. Kann ja da nichts machen. Das ist ja echt ein wenig komisch. Ich könnte da oben springen. Nein, das will ich nicht. Das sind auch keine Treppen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, dass ich da wieder aushecken muss. Ach, da bin ich wieder. Komm mal, sieh mal. Irgendwie. Da geht's aber. Jetzt passt's. Das ist sonst noch mehr. Ja. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man, einen Shortcut gibt's noch immer nicht. Das ist richtig bitter. Da könnte ich umgehen, da könnte ich, das bringt mir nichts. Was soll da sein? Was ist da, oder? Sie lebt immer voll schon wieder. Achso. Von den gestorbenen Typen. Ja. Doch, geht's. Ach, ich glaube, das hat so fitte, ironige, ähm, das, das bringt mir nix. Ah, super, jetzt hänge ich da. Oh, cool. Na, dem Punkt. Jetzt bist du drauf. Ich sehe, dass du hier mal ein Doppelpunkt kämst, ihr Penner. Da geht's an nix. Wem hin bin ich jetzt wieder richtig? Da können wir ihn nicht auffählen. Oh Gott. Was soll ich mir nicht so lange aufhalten da? Jetzt geht's ja schon mal wieder los. Jetzt kann man den Dordern noch das denn anschauen. Das war genug Aufregung. Einiges weitergegangen, saukool. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus. Servus.